Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Zehn Beispiele, wie Alexa mich produktiver macht, das bekommst du in diesem Video mit auf den Weg. Bevor wir damit anfangen, müssen wir jetzt ein Thema klären, Thema Datenschutz. Alexa hört doch immer mit. Alles, was ich sage, ist doch ein Mikrofon. Ja klar, sie muss immer mithören, weil sie sonst nicht auf Alexa reagieren könnte, wenn ich sie anspreche. Aber inwieweit das dann zu Amazon gesendet wird, inwieweit die dann damit arbeiten, das alles steht natürlich in den Sternen. Eines möchte ich dir nur mit auf den Weg geben, wenn du da etwas sagst, ich möchte vorsichtig sein, ich mache es deswegen nicht, dann solltest du aber auch die Mikrofone deines Smartphones, die Mikrofone deines Computers, alle Mikrofone, die sich in deinem Raum befinden, abschalten. Denn abhören und mithören kann jeder über ein Mikrofon, das irgendwie mit einem Gerät verboten ist, das online ist. Daher wäre ich dann generell sehr, sehr vorsichtig. Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn die Alexa hier ein wenig mithört. Lass uns nun zu den Skills kommen. Und der erste Skill, den ich mitgebracht habe, das ist mein eigener Skill, nämlich da bekommst du täglich einen einminütigen Selbstmanagement-Tipp mit auf den Weg. Du musst diesen Skill nur aktivieren, wie das funktioniert, erfährst du im Blogartikel, den ich unterhalb dieses Videos verlinkt habe. Und dann brauchst du nur noch zu sagen, Alexa, starte die tägliche Zusammenfassung. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von Thomas Mangold mit Selbstmanagement-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstmanagement-Tipp. Alexa, stopp. Du siehst, du bekommst dann einen einminütigen Selbstmanagement-Tipp, etwas, das du sofort in dem Arbeitstag mitnehmen kannst, sofort an dem Tag umsetzen kannst. Und ich glaube, das ist der erste spannende Skill, der dich produktiver macht. Ich habe aber natürlich noch ein paar weitere mitgebracht, zum Beispiel den Skill Naturgeräusche, wo es einfach darum geht, Naturgeräusche zu simulieren und anhand derer produktiver zu werden. Also wenn du allein im Büro bist, wenn es ein bisschen leiser ist, dann doch so ein Naturgeräusch, zum Beispiel dieses hier. Alexa, spiele Ozeanwellen von Naturgeräusche. Alexa, stopp. Und du siehst, dann kommen schon die Naturgeräusche hierher und du kannst das mit Regen machen, du kannst das mit Waldgeräuschen machen, du kannst das mit Lagerfeuer machen, du kannst also sehr, sehr viele Dinge da in dein Wohnzimmer, in dein Büro holen, wo auch immer du arbeitest und kannst dir das anhören. Also diese Skill Naturgeräusche findest du natürlich auch unterhalb des Videos, den Link. Eine weitere coole Funktion ist die Funktion, Termine in den Kalender eintragen zu lassen von Alexa. Da musst du einmal deine Alexa mit dem Kalender verbinden, ob das jetzt der Google Kalender, Apple Kalender, Microsoft Kalender ist, funktioniert überall. Auch hier findest du eine Beschreibung, wie das funktioniert, einen Link zur Beschreibung im Blogartikel. Und dann, ich habe jetzt hier meinen Kalender geöffnet und dann brauchst du nur noch sagen, Alexa, setze den Termin Mittagessen mit Markus für heute 12 Uhr in meinem Kalender. Meinst du 12 Uhr mittags oder Mitternacht? Mittags. Ich erstelle den Termin Mittagessen mit Markus heute um 12 Uhr mittags, okay? Okay. Okay, das habe ich hinzugefügt. Und damit siehst du den Kalender hier schon aufpoppen, den Termin in meinem Kalender. Und ja, einfach eine wunderbare Sache. Einfach nur mit Sprachsteuerung. Ich brauche nicht den Kalender öffnen. Ich brauche nicht herumtippen. Ich brauche nichts. Wenn ich gerade telefoniert habe, mir einen Termin ausgemacht habe, sage ich das der lieben Alexa. Und schon ist auch das erledigt. Also wirklich eine sehr, sehr coole und sehr, sehr spannende Sache, wie ich denke. Nächster Punkt, den du machen kannst, den will ich dir jetzt hier gar nicht vorführen. Du kannst mit Alexa auch Erinnerungen programmieren. Du kannst zum Beispiel sagen, Alexa, erinnere mich um 12 Uhr daran, Matthias anzurufen. Dann wird die das speichern und wird dich in Form der Alexa informieren. Also sie wird läuten und sagen, du hast eine Erinnerung, du sollst Matthias anrufen. Wenn du aber gerade nicht daheim bist und nicht in der Nähe deiner Alexa bist, bekommst du auch die Erinnerung auf dein Smartphone über die Alexa-App. Also auch das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Tool. Aufgaben auf meine To-Do-Liste setzen. Auch das ist ein Ding, das Alexa kann. Und alles, was du da wieder einmalig machen musst, ich arbeite mit To-Do-Ists, ich verbinde einmalig To-Do-Ists mit der Alexa und dann funktioniert auch das. Und dann kann ich zum Beispiel solche Dinge sagen, wie Alexa, setze Video erstellen für heute 10 Uhr auf meine To-Do-Liste. Video erstellen für heute 10 Uhr steht nun auf deiner To-Do-Liste. Zack, ja, und jetzt kommt hier in To-Do-Ist vermutlich gleich der Termin rein, da ist er schon. Und ja, fertig. Das war es schon wieder. Es ist ein bisschen stümperhaft vielleicht noch, aber die Aufgabe steht da, man weiß, was zu tun ist und es hat super funktioniert. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kannst du natürlich einen Timer setzen wie der Alexa. Ja, das ist vor allem, wenn du in der Küche kochst zum Beispiel, aber auch, wenn du die Pomodoro-Technik anwendest, wo du ja 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst, 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst, ist das cool. Und ich versuche generell bei Aufgaben mir immer Zeitlimits zu setzen, weil Aufgaben dehnen sich ja in dem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und insofern ist das für mich ein sehr, sehr spannender Punkt, hier sich Zeitlimits zu setzen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Alexa, setze den Timer auf 25 Minuten. 25 Minuten ab jetzt. Damit ist der Timer gestellt und das funktioniert. Und wenn ich dann wissen will, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch, zwischendurch mal, weil ich habe das ja nirgends stehen, kann ich entweder in meine Alexa-App schauen, dort steht es natürlich auch, oder ich sage, Alexa, wie lange läuft der Timer noch? Weniger als 24 Minuten, verbleibend auf deinem 25 Minuten Timer. Also auch das funktioniert einwandfrei. Also Timer setzen, auch eine coole Funktion. Als nächstes habe ich wieder einen Skill für dich mitgebracht, und zwar, wenn du ein bisschen Bewegung brauchst, ja, Fokus und Konzentration, dann muss man sich zwischendurch auch immer wieder ein bisschen bewegen. Oder wenn du generell im Bewegungsmuffel bist, dann bring doch ein bisschen Sport in deinen Alltag und du kannst das mit dem Skill Fünf-Minuten-Workout von Alexa tun. Lass uns kurz auch in diesen Skill hineinhören. Alexa, starte das Fünf-Minuten-Workout. Willkommen zu deinem Fünf-Minuten-Workout. Stufe 1 ist Hampelmann. Wenn du bereit bist, sage, los. Los. Hampelmann in 3, 2, 1. Und dann würde der Hampelmann losgehen. Sogar mit Musik. Alexa, stopp. Danke und bis zum nächsten Mal. Also du siehst, auch das funktioniert mit der Alexa. Fünf Minuten einfach mit cooler Musik, mit Anweisungen von ihr trainieren. Bringt wieder frischen Sauerstoff in den Körper, bringt wieder mehr Fokus und mehr Konzentration und damit natürlich auch mehr Produktivität. Dinge auf die Einkaufsliste setzen. Auch das funktioniert. Auch da habe ich hier meine Einkaufsliste mit Du-Du-Ist verbunden. Das heißt, ich brauche jetzt einfach nur sagen, setze das und das auf die Einkaufsliste und sie wird das machen. Ich zeige das mal kurz. Alexa, setze Honig auf die Einkaufsliste. Honig zur Einkaufsliste hinzugefügt. Damit sollte hier Honig gleich auf meiner Einkaufsliste aufpoppen und damit habe ich das, wenn ich merke, irgendwas wird leer, irgendwas wird weniger, dann kommt das natürlich sofort auf meine To-Do-Liste, wird da draufgeschrieben, erscheint da und ist natürlich eine wunderbare Sache, weil es wirklich, wirklich schnell geht und weil es, ja, du vergisst einfach nichts, du hast alles dabei und wenn dir irgendwas gerade ausgeht, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache. Hier ist Honig schon dazu. Also auch auf die Einkaufsliste setzen ist eine coole Sache. Aber nicht nur das, ich kann mit Alexa auch Hörbuch hören. Ich höre Hörbuch meistens im Auto, über Audible und wenn ich die Alexa mit meinem Audible verbinde und im Hörbuch ist es ja meistens dann spannend, gerade wenn man sich daheim einparkt. Dann komme ich hier hoch in meine Wohnung, genehmige mir eine Kasse der Fee und sage dann ganz einfach, Alexa, spiele der Ernährungskompass bei Audible ab. Deine Auswahl wird von Audible abgerufen. Der Ernährungskompass wird fortgesetzt. Der bliecht den ganzen Tag auf den Beinen. Alexa, stopp. Und schon läuft das Hörbuch. Also auch das eine sehr, sehr coole Sache. Eine weitere Funktion habe ich für dich mitgebracht noch. Das kann ich dir jetzt hier nicht live zeigen, aber ich habe die Alexa noch mit anderen Geräten verbunden. Also wenn ich zum Beispiel die Steckdose im Büro einschalten will oder ausschalten will, dann brauche ich das nur sagen. Im Moment ist sie eingeschalten. Alexa, Steckdose im Büro ausschalten. Damit ist sie jetzt ausgeschalten. Ich kann auch das Umgekehrte wieder tun. Alexa, Steckdose im Büro einschalten. Damit ist sie wieder eingeschalten. Ich habe noch eine Philips Hue Lampe, die ich drüber steuern kann. Also du kannst sie auch mit anderen Geräten verbinden. Auch da musst du immer die Verbindung erst mal zwischen Alexa und den anderen Geräten herstellen. Und dann kannst du damit arbeiten und dein vernetztes Zuhause ein wenig ausbauen. Ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Was ist das Fazit? Die Alexa hat jetzt zwar noch nicht die großen Skills. Ich bin mir sicher, da kommen noch viele, viele spannende Dinge dazu. Wir stehen ja beim Thema Sprachsteuerung erst am Anfang. Aber diese Kleinigkeiten, die summieren sich im Laufe des Jahres auch. Und so denke ich mir oder bin mir ziemlich sicher, Alexa erspart mir viele, viele Stunden an Arbeit mit diesen Kleinigkeiten, die ich immer wieder zwischendurch einfach mit der Sprache machen kann, ohne dass ich jetzt ein Gerät zur Hand nehmen kann und das machen muss. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut und genieße deinen Tag. Ich freue mich natürlich noch, wenn du eines meiner anderen Videos siehst beziehungsweise wenn du diesen Kanal einen Daumen nach oben gibst. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.